Untertitelung. BR 2018 Consente sul respiro. Signora, adesso dobbiamo solo cambiare la maschera. Mettiamo una più grande che copre su dalla fronte fino a giù al mento. Disturberà un po' perché non è proprio dim, però intanto dobbiamo provare con la maschera. Va bene? Lei si concentra sul respiro, va bene? Abbiamo bisogno di una piala rimopina. A dieci? Sì, grazie. Io la faccio in patoletti. Ciao. Come detto si affanno ancora un po', però dopo tra un po' viene meglio. Vediamo ancora qualcosa per tranquillizzarla un po', va bene? Sì, grazie. Da müssen wir schauen, jetzt lassen wir sie einmal so, ohne halblami da maschera. Mal schauen, wie weit sie sind, bis es halt nicht mehr geht. Falls es noch nicht mehr geht, dann ist die Intubation die nächste Stufe. Die größte Angst, dass man etwas home schleppt und dass daheim jemand krank ausfällt oder die Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, dass sich jemand unsteckt und danach du vielleicht bei uns auf Intensiv liegen hast. Ich persönlich kann es mir nie verzeihen. Con calma, respire, con senza sforzo, poi vediamo avanti, va bene? Und jetzt haben wir innerhalb zwei Tage auch gefüllt. Ich bin jetzt zwei, drei Tage weg gewesen, sind wir noch elf Patienten gehabt, jetzt sind wir bei 16. Drei Tage. Das geht schon. Wenn es ja so weitergeht, sind wir wieder voll wehen. Stufe, Stufe. Stufe, Stufe. Untertitelung des ZDF, 2020